Hallo und herzlich willkommen zu MS Perspektive, der Multiple Sklerose Podcast. Von und mit Nele Hanswerker. Heute geht es um das Thema Vor- und Nachteile von Zielen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, wie gesagt, heute geht es um die Vor- und Nachteile von Zielen. Und gerade mit der MS ist das ja so eine heikle Sache. Deshalb habe ich gedacht, okay, ich wähle das mal als Thema und bespreche das hier mit dir oder für dich. Du bist ja leider nicht dabei, das ist halt in einem Podcast nicht möglich. Aber ich freue mich natürlich immer, wenn du mir schreibst zu Themen. Das kannst du übrigens unter kontakt.ms-perspektive.de Da würde ich mich sehr freuen und da gehe ich auch sehr gerne dann mal in einer folgenden Podcast-Folge drauf ein. Doch zurück zum Thema Vor- und Nachteile von Zielen. Also für mich hat das Riesenvorteile, mir Ziele zu stecken. Und da steht natürlich immer die Frage, wie hoch steckt man sich die Ziele? Mir geht es gut, toi toi toi. Ich habe Glück mit der MS. Ich tue alles, was ich kann. Aber es ist natürlich auch Glück, ohne Frage. Und ich habe hier also den Podcast, ich schreibe Bücher. Ich habe eine kleine Tochter, die noch nicht in Betreuung ist demnächst. Ich beginne jetzt auch bald wieder mit meinem Job. Also noch bin ich in Elternzeit, aber bald beginne ich wieder mit Arbeiten. Und da bleibt nicht viel Zeit. Und es bleibt vor allen Dingen nicht viel Zeit für die Dinge, auf die ich Lust habe, mit dem Schreiben und so. Also auf die ich Lust habe. Mir macht es total viel Spaß, mit meiner Tochter unterwegs zu sein. Aber Ziele darüber hinaus, wie eben ein neues Buch zu schreiben oder entsprechend neue Podcast-Folgen aufzunehmen, die zu schneiden, die bei YouTube einzustellen, gibt es jede Menge Dinge. Und da könnte ich mir jetzt also niedrige Ziele setzen, die ich auf jeden Fall erreichen kann. Das ist aber nicht mein Ansatz. Mein Ansatz ist, mir hohe Ziele zu setzen, dass ich mir also vornehme, beispielsweise ich möchte 100 Bücher schreiben, bis mal irgendwann die Klappe zugeht. Und ich, oder ich zu alt bin, um noch zu schreiben. Das ist ein sehr hohes Ziel. Ich weiß nicht, ob ich das erreichen werde. Ich will es aber gern erreichen. Und ich habe es mir so hochgesetzt, um einfach auch eine Idee zu haben, was bedeutet das denn pro Jahr? Das bedeutet pro Jahr eigentlich für die Zeit, wo ich besonders produktiv bin, also sagen wir mal vielleicht bis, weiß ich nicht, 60 oder so, dass ich möglichst drei bis vier Bücher pro Jahr schreibe, damit ich auf diese 100 Bücher komme. Und das könnte mich jetzt natürlich unter Druck setzen, macht es auf eine kleine Art, die ist aber für mich noch angenehm. Also ich finde das jetzt nicht schlimm. Da gibt es kurze Momente, wo ich mir denke, jetzt habe ich wieder so wenig geschafft und das ärgert mich. Und dann ist es wichtig zu reflektieren. Diese Zeit nehme ich mir leider nicht immer, um einfach zu schauen, okay, wo liegen denn Hürden oder was war? Im Weg war ich krank, ging es meiner Tochter nicht so gut, war da ein Urlaub, waren irgendwelche anderen wichtigen Sachen, die ja auch ganz wichtig für mein Leben sind. Keine Ahnung, eben wieder der Einstieg in den Job und dass ich mich da einarbeiten muss oder, oder, oder. Oder eben, dass die Fatigue vielleicht mal mehr zugeschlagen hat, weil es ein heißer Sommer war. Dieser Sommer ist ja gerade sehr nett, aber kommt bestimmt auch mal wieder ein heißer Sommer. Da ist also wichtig zu reflektieren. Aber mir bekommt es gut, hohe Ziele zu haben, weil ich dann mehr erreiche, als wenn ich mir niedrige Ziele stecken würde. Würde ich also sagen, ich will jedes Jahr ein Buch schaffen, bis ich 60 bin. Dann wären das jetzt noch 20 Bücher. Ich wäre dieses Jahr 40. Und die 20 Bücher, die kriege ich locker hin. Wenn ich mir aber dieses niedrige Ziel setze, wäre das bei mir und meinem Charakter, das kommt immer darauf an, wie man selber tickt, würde es einfach bedeuten, okay, ich würde unter dem bleiben, was ich kann. Und für mich wäre es schade, weil das Ziel würde ich einfach erreichen. Das heißt, wenn ich gut dastehe und vielleicht 15 Bücher habe, dann fange ich auf einmal an, auch ganz viel Fernsehen zu schauen und auf dem Telefon rumzusurfen und jetzt nicht, sagen wir mal, schönes Entspannen, wenn man sich die Wellen anschaut oder die Wolken am Himmel, sondern so sinnloses Zeitvertrödeln. Und das finde ich einfach schade. Also ich meine damit, wie gesagt, wirklich nicht dieses Auftanken, dieses Entspannen, je nachdem, was das für dich ist, sondern ich meine dieses Zeitvertrödeln. Also man muss nicht die zehntausendste Folge von irgendeiner TV-Serie schauen, die es so ähnlich schon gegeben hat. Wenn du das machen willst, ist das auch völlig okay. Mir geht es jetzt hier an der Stelle wirklich um Ziele verfolgen. Aber das kann natürlich auch stressen. Also wenn du ein anderer Typ bist, dann ist vielleicht genau das Umgekehrte für dich gut, dass du dir also geringere Ziele steckst, weil du vielleicht mit der MS leider mehr Schwierigkeiten hast oder weil du einen hervorragend bunt-chaotischen Familienalltag hast, wo viel los ist mit den Kindern und die zu vielen Veranstaltungen gehen oder du dich um andere liebe Menschen kümmerst oder du leider eben viele Arzttermine hast. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten oder dein Job macht dir großen Spaß oder du bist im Studium oder du brauchst eben diese Entspannung. Dann setz dir bitte nicht die hohen Ziele. Also es geht immer darum zu schauen, was tut dir gut. Und wenn dir gut tut, die geringeren Ziele zu setzen oder vielleicht sogar gar keine Ziele, dass du sagst, du schaust mal, wie der Tag wird, weil du einfach leider große Schwierigkeiten mit kognitiven Fähigkeiten hast, obwohl du da versuchst auch gegenzusteuern, weil das würde ich dir immer raten. Wenn du kognitive Einschränkungen hast, dann versuch dein Gehirn zu trainieren, damit das nicht schlimmer wird und sich sogar wieder ein bisschen bessert. Aber wenn du also Phasen hast mit der MS oder einen generellen Zustand, wo es dir nicht so gut geht, dann ist es eben schöner zu schauen, hey, heute kommt ein neuer Tag, ich fühle mich gut, dann mache ich was und bin abends stolz auf mich. Und heute kommt ein neuer Tag, heute fühle ich mich nicht so gut, dann mache ich nichts groß und bin trotzdem stolz auf das, was ich geschafft habe und bin froh, dass ich so ein gutes Empfinden zu mir und meinem Körper habe und mich einschätzen kann. Denn das ist bei allen, allen Sachen wichtig, egal ob es um die medikamentöse Betreuung geht, um Ernährung, um Sport, um Einstellung zum Leben. Wir sind alle Individuen und du musst schauen, was für dich gut ist. Also ich erzähle hier immer aus meiner Erfahrungswelt, aber das ist eben meine Erfahrungswelt. Ich als Nele Handwerker, ich, die ich in Dresden geboren bin, 1980 ein kleines bisschen, noch DDR miterlebt habe, keine Ahnung, in Chicago war, erst spät Mama geworden bin, die ich eben keine großen Einschränkungen mit der MS habe. Das ist mein Leben und dein Leben ist, selbst wenn es ähnlich ist, ist es an manchen Stellen doch trotzdem komplett verschieden. Und damit musst du für dich das Richtige finden. Und das sind also hier nur Impulse, die ich gebe. Und wenn du für dich deinen Lebenswandel wählst und eben dir überlegst, ob für dich Ziele ein Vorteil sind oder ein Nachteil, ob hohe Ziele für dich ein Vorteil sind oder lieber niedrige, was dich am Ende des Tages glücklicher macht und dich zu dem bringt, was du gerne haben möchtest, was dich glücklich macht, dann hast du das Richtige gefunden. Ja, da möchte ich auch gar nicht länger reden, ansonsten würde ich mich hier wiederholen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, wünsche dir, dass du für dich das Richtige findest. Seien es hohe Ziele, seien es niedrige Ziele, seien es keine Ziele. Schau, dass du jeden Tag versuchst, zum Schönsten deines Lebens zu machen. Da gibt es verschiedene Sprichwörter von verschiedenen Leuten. Und dann ist das Beste gewonnen und versuch, dich aufs Positive zu konzentrieren. Ich wünsche dir bestmögliche Gesundheit mit der MS. Hoffentlich hören wir uns bald wieder. Bis dahin, deine Nele. Tschüss. Das war MS Perspektive, der Multiple Sklerose Podcast von und mit Nele Handwerker. Ich hoffe, du hast in dieser Podcast-Folge einige interessante Neuigkeiten erfahren. Wenn du noch mehr Informationen rund um die MS erhalten willst, dann empfehle ich dir meinen kostenlosen Newsletter. Dort teile ich meine Erfahrungen mit dir, gebe dir Tipps für einen sanften Verlauf und du erhältst kostenloses und exklusives Bonusmaterial. Außerdem wirst du als Abonnent zuerst über Neuigkeiten informiert. Du findest den Newsletter auf meiner Webseite www.ms-perspektive.de slash Newsletter Melde dich gleich an und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir. Und jetzt bin ich mein sicher. Auch wenn nicht sicher, natürlichll als Abonnent zuerst über Neuigkeiten achet derren, Und dann b FC問題 verte ¿Por euch dieses Leonas? Auch wenn das mère ist www.ms rerun.de We